Hallo, heute gibt es ein ganz besonderes Sandwich und zwar ein Elvis Sandwich und dazu haben wir hier diese großen XXL Sandwich Scheiben und zwar sind das Broschetta Brotscheiben die habe ich bekommen im Globus Supermarkt ich weiß nicht ob es in anderen Supermärkten es auch noch gibt also da braucht ihr wirklich echt einen großen Supermarkt um sowas zu finden aber es lohnt sich echt weil man wirklich ein großes Sandwich hinbekommt was perfekt in OptiGrill passt wir streichen jetzt auf beide Seiten Erdnussbutter drauf und legen jetzt Bananenscheiben drauf auf die eine Hälfte dann kommt Bacon dazu also das ist natürlich jetzt echt das muss Geschmackssache sein dass es wirklich jemandem schmeckt also ich finde das super diese Kombination zwischen süß und deftig also ich finde das top aber macht nicht zu viel Bacon drauf also es ist wirklich nur so ein bisschen dann kommt Honig oben drüber also das muss auf jeden Fall auch gut passen Honig zu Bacon das hatte ich auch schon bei einem Burger Laden also es ist wirklich zu empfehlen so dann legen wir das im OptiGrill im Sandwich Modus rein und dann wird das einfach durchgegrillt bis Ende Sandwich Modus der OptiGrill ist fertig das Sandwich ist außen schön kross und wir haben hier unser XXL Elvis Sandwich das wird dann angeschnitten wenn man hier nochmal reingucken kann hier seht ihr das schön Banane Bacon Honig Erdnussbutter und wir hatten Gäste da und die fanden es echt super und ich bin auch selber davon sehr begeistert ich bin sowieso einer der süß und deftig auch sehr gerne zusammen kombiniert und das hat wirklich hier gepasst könnt ihr noch mal reingucken und wenn das auch was für euch ist dann probiert das gerne wenn es nicht schmeckt dann bitte keine blöden Kommentare bis dann macht's gut ciao